Apple hat seine erste Datenbrille vorgestellt und will damit eine neue Computerplattform etablieren. Die sogenannte Vision Pro erinnert äußerlich an eine Hightech-Ski-Brille. Das Headset kann auf seinen Displays digitale Objekte in die reale Umgebung einblenden. Ein ungewöhnliches Merkmal des Geräts ist dabei ein Display auf der Frontseite, das die Augen des Nutzers anzeigt, wenn andere Personen in der Nähe sind. Die Vision Pro wirkt dann durchsichtig. Das Hightech-Gimmick hat allerdings seinen Preis. Mit 3.500 Dollar ist die Brille deutlich teurer als die Geräte der Konkurrenz.